Heute geht es um die neuen Spoonhammer von der FIMA Fischen Tegelmix in 2,4 Gramm und 3,2 Gramm. Das Besondere sind die Bisspunkte zur Orientierung für den Fisch. Jeder Spoon hat zwei verschiedene Farben, Vorderseite und die Rückseite. Month, 3, Month, 2, Month, 1. Ja, 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 ja. Wunderschön! Bis zum nächsten Mal. Euer Herr Schüß-Angl-Sport. Wir sehen uns.